Ach, ich hol jetzt was. Ich hab die Schnauze voll. Was holst du jetzt? Ich noch nicht. Aber ich frag mich, warum wir nicht fliegen können. Das frag ich mich auch. Trotzdem fliegeln. Ich hab schon zweimal Flügel drin. Was ja doppelt OP ist. Jetzt muss er wieder die Map laden. So wenig Statuen, ne? Das ist traurig. Eventualien. Ich kann verraschen. Ne. Verbarschen. Hahaha. Reparations, wo ist er denn? Reparationsmaterial. Neuerweck. Die sehen auch so, wo du grad bist. Das ist auch hilfreich. Die haben glaube ich so ein lokales System. Die Tickten. Ja. Hat mir die in den Mittag kennen. Aber die wollte er muss mit dem Evo. So. Ne, garotten will ich nicht mitnehmen. Die habe ich noch. So. Vor allem Bogen. Vor allem Bogen. Ach so, jetzt muss ich die Tag wieder. Da muss ich wieder auslangen. Na, rein. Checkt man wieder da fest in der Wand? Ne, ne? Was will ich denn da nicht? Okay, du hängst sowieso fest. Was ist denn da jetzt? Stimmt, der ist ja das hier. Ah, es muss jetzt wieder voll... Naja. Mein Gott. Gehe ich mit Game Mode 1 runter. Ich habe keinen Bock. Das dauert mir zu lange. Ich weiß nicht, warum wir eigentlich nicht an der Ö... Hä? Was ist denn der Ernst? Was? Na, was du da machst? Game Mode. Ich muss die Scheißdieb Tag runterspringen. Soll ich jetzt noch 5 Minuten warten, bis ich... mein Leben habe? Ja. Okay. Content in die Läge Strecke. Schalalala. Content in die Läge Strecke. Ey, darf ich die Monster einmal kurz ausschalten? Nein. Mach die ja nur kurz aus und nochmal... Nein. Klar. Nein. Aber die spawnen eh wieder viel zu schnell. Ja und, da brauchst du das nicht ausmachen. Inwie geht man mit Taktik ran oder du tötest sie alle? Ich töte sie alle. Willst du mich verarschen? Ja du, hallo. Du hast doch gesagt... Höh, das ist voll einfach. Willst du zu töten? Ja, nach unten. Aber hier irgendwie sind sie natürlich wieder schwerer. Ja siehst du, Alter, musst du... Entweder gehst du mit Taktik ran. Ach, halt die Fressen mit einer Taktik. Oder nicht? Ja, musst du dich... Geh von... Ich weiß gar keine Ahnung. Gibt dir die Taktik in den Arsch? Ja, meine Taktik ist in den Arsch, dass ich schon 5er gestorben bin und versuche ständig... ...s Borner zu töten. Hab schon zwei kaputt gemacht. Und du? Hä? Einen? Oder keine? Ja siehste. Also. Mann oder Pferd? Das ist hier die Frage, du Maus. Du bist ein Elefant. Hallo? Voll geil. So rum. Der trappelt auf jeden Ruf rum. So, Batsch. Überleg mal, es wird so ein Elefant auf so einen Kopf sein. Alter, wie... So, Knack. Knack weg, ist er. Hm. Bum, bum, bum. Ich weiß. Was sollst du denn deine Freundin, dass du so behindert bist? Echt? Nach, nix neu ist. Na? Bin immer behindert. Schon gewesen. Soll man dagegen sagen? Hallo? Ey. Öh, wer war das denn? Tried to swim in Lava. Wie also ein Manneken? Ja, dieser komisch sporende Manneken. Bob, 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 Bob. So, ich hab mein Maschinengewehr mitgenommen. Na mal. Nenn sich Pfeil und Bogen. Was ist denn da? Sieh mal. Da hat man Timmig noch Schaden. Ich will hoffen, dass das Ding einen Schaden an den Ding auch macht. Bissin ungeniert. Ja, genau. Ja, genau. Oh mein Gott, macht der... Alles klar. Wenn die einen nicht so hinten zurückschießen würden, dann dauern, ne? Dass du deswegen runterprällst. Ich glaub, der eine hat bei mir noch bei mir alles Leben. Okay. Habt ihr mit fünf Pfeilen angeschossen. Ah, Rimmel Lava. Aber stört mich nicht. Ja, easy. Den ersten kill ich jetzt erst mal. Wie ein Frühstücksfernsehen. Und tot. Na dann. Aber wenn gleich die ganzen Gräser mit Schutzschild rumlaufen, ne? Dann weißt du, dass ich die genutzt habe. Na, was ist er? Na, der läuft auch jetzt mit Schutzschild rum. Okay. Oder? Ja. Oh Mann ey, ich komm echt nicht höher. Oh, ich ständig wieder runtergesch- Zweiter Tod. Ja. Beutem, du kommst her und die hauen wir da ab, nach oben. Ja, deswegen Bogen. Aber erst wenn die Schutzschild haben, dann kommen die runter. Halbes Leben. Wer, du? Nee, die. Oh. Ja. Jetzt siehst du 200 Leben von den ab mit dem Bogen. Okay. Und den nächsten kaputt. Könnte ich mir mal nicht so auf den Sack gehen, ihr scheiß Viecher. Alter, wenn du ein tötest, kommen gleich zwei neue. Ja. Und ich fliege immer wieder runter. Komm einfach nicht höher, weil ich immer wieder runter fliege. Und wenn du dann bei dem bist, hau sie wieder ab, dass du sie ja nicht schlägst. Boah, diese Scheiß-Sonne-Netz mit einmal. Ja, aber was das Gute ist, wenn ich sie mit dem Bogen treffe, hauen sie da oben ab. Weißt du, sie sind über der Deck. Mhm. Das heißt, ich kann hier schön ganz gemütlich bauen. Hi. Okay. Das ist ein Problem. Fressi, Fressi, Fressi Fressi, 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 Fressi Fressi, Fressi Fressi, Fressi, Fressi Fressi Fressi, Fressi, Fressi Das nervt ich Ich bin gleich wieder da Leute, muss kurz was machen Ich bin gleich wieder da Leute, muss kurz es machen, dann noch mal Schluss Das nervt ich hier aber auch, das ist ja nichts Ich bin jetzt mal gemacht Ich bin jetzt mal hier Meine Damen und Herren, ich bleibe bei uns Ich bin jetzt noch mal Ich bin jetzt ebenso Ich bin jetzt noch mal 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 So, bin wieder da, Leute. Das war es für einen Sekunden. Ach ja. Ich bin nicht mit hier. So. Wow. Meine Fresse, bin die nervig. Nervig, nervig, nervig. Ups. Und runtergefallen wieder. So wie immer. Ich bin nicht auf den Sack hier, scheiß Viecher. Wie schade ich schon mal wieder neben mir meine, bitte. Und der hat mich jetzt verpisst. Bin wieder hier. Wow. Was kommt der denn hin? Da ist Flash eingebuddelt. Ich bin nicht am Essen, ich schwöre. Nein, du doch nicht. Ich hab mir auch keine Baguettes grad im Backofen noch geschoben. Nein. Du bist immer am Essen. Da oben muss ich hin. Da ist mein Gang. Keine Ahnung, wo du hinmust. Da oben. Daher kam die Schüsse eben. Oh, ich werde wieder sterben. Und auch nicht. Wo bist du eigentlich? Das du mich gesehen hast. Huch doch. Bist du doch. Mh. Wah! Wieder oder gefallen. Mhm. Seht deinen Namen nicht. Seht deinen Namen, Bikini. Dann bist du auch behindert. Ha! Irgings neues. Ha ha. Hallo. Ho ho. Hippity.